Wer steckt hinter all den Medienlügen? Wer steckt hinter Hetze, Verarmung und Krieg? Wer zerstört die Umwelt und unsere Gesundheit und zieht am Schluss aus allem, aus allem Gewinn? Ich weiß nicht, wer das tut, doch das läuft ganz klar nach Plan ab. Also gibt es ne Agenda, eine Strategie. Gegen uns und dem Gegner sind wir niemals überlegen, außer wir haben die bessere Strategie. Einsheit, das ist mehr als unsere Zukunft. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Keiner steht am Schluss allein. Keiner steht am Schluss allein. Wir wollen alle Frieden, definitiv teilen und beherrschen lassen wir uns nicht mehr. Stattdessen halten wir Kriegsrat und vertrauen einander, werden kohärent in derselben Strategie. Wir haben uns entschlossen und es ist uns egal, was du glaubst und wen du wählst und was du isst. Aber uns ist nicht egal, ob du mit uns siehst, ja, ob du praktisch mithilfst oder nicht. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Gemeinsam strategische Perketur. Egal wer man ist und was man glaubt, das macht uns unüberwindbar. Gemeinsam strategische Perketur. Egal wer man ist und was man glaubt, das macht uns unüberwindbar. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, keiner steht am Schluss allein. Einsheit, das ist mehr als unsere Zuflucht. Einsheit, sie wird manch entscheidend sein. Einsheit, in der Praxis wird zu Power. Einsheit, denn die Spaltung ist vorbei. Einsheit, denn die Spaltung ist vorbei. Ja! Ja! Vielen Dank.